Hallo, ich grüße Sie. Künstliche Intelligenz, das ist eines der derzeit heißesten Themen der Digitalisierung unseres Alltags, oft erwähnt, doch vielfach ohne Substanz. Ich möchte in der Folge konkret werden und Ihnen zeigen, welche Rolle die KI in der Hochschullehre spielen kann und was bereits heute realistisch und machbar ist. Schauen wir uns dazu zunächst einmal die Grundprinzipien unserer digitalen Lehre an. Ausgangspunkt ist eine vollständig digitalisierte Inhaltsvermittlungs- und Inhaltserschließungsphase mit einem Arsenal von digitalen Elementen, zum Beispiel digitalen Texten, Animationen, Lehrvideos, gepaart mit digitalen Szenarien wie zum Beispiel Kollaborationstools oder offenen Bildungsmaterialien. Daran schließt sich eine zweite Phase an, in der die Inhalte vertieft und fachspezifische Kompetenzen gemeinsam eingeübt werden können. Je nach Art dieser Vertiefungsphase kommen auch dort spezifische digitale Tools zum Einsatz. Während die Inhaltsvermittlungsphase in jedem Fall digital stattfindet, gibt es zwei Möglichkeiten der Inhaltsvertiefung. Die an den meisten Hochschulen gebräuchlichste Variante ist eine Inhaltsvertiefung im Hörsaal, also on campus in Präsenz. Es gibt allerdings Situationen, in denen Studierende in solchen Präsenzphasen verhindert sind, zum Beispiel durch längere Krankheit oder durch Schwangerschaft, durch Auslandsaufenthalte oder durch Stundenplankollisionen mit einem Zweitfach. In diesen Fällen kann die Inhaltsvertiefung alternativ vollständig digitalisiert und ortsunabhängig, also virtuell, angeboten werden. In beiden Varianten gibt es zusätzliche elektronische Tests. Bei der on campus Variante haben diese primär formativen Charakter bei rein virtuellen Angeboten eher summativen. Aus diesem Modell ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für Methoden und Verfahren der künstlichen Intelligenz. Schauen wir uns diese vor dem Hintergrund konkreter und realistischer Umsetzungen im Einzelnen an. In der digitalen Phase der Inhaltsvermittlung werden immer wieder Hilfestellungen benötigt und Lerner müssen bisweilen an die Hand genommen werden. In unseren derzeitigen digitalen Lernkomponenten lösen wir dies über optionale Hilfesysteme, über sich anpassende Sitemaps, mit der Unterstützung Tutorieller Systeme und über eine Sammlung von Leitfragen. Mit KI-Methodik können wir nun adaptive Komponenten hinzufügen, die kontextsensitive Hilfe anbieten oder die Struktur der Inhalte an das Lernerverhalten anpassen und mit Chatbots, mit denen man sich permanent austauschen kann oder mit pädagogischen Agenten, die in den Lernprozess anhand der Leitfragen eingreifen können, sind weiterführende Optionen möglich. In der hörsaalgestützten Phase der Inhaltsvertiefung, in der ja ein menschlicher Lernbegleiter die didaktischen Fäden in der Hand hält, bieten sich andere Möglichkeiten der KI-Unterstützung an. Hier können humanoide Roboter durch ihre Fähigkeiten zur Interaktion mit Menschen und dank ihrer Dialogfähigkeit Assistenzfunktionen übernehmen. Sie können im Gespräch mit Lernern Hilfestellungen geben oder tutorielle Dialoge führen. Sie können Erklärungen abrufen und sogar einfache Aufgaben korrigieren. Auch bei den formativen Tests zum Abschluss der digitalen Phase können KI-Systeme zu Mehrwerten führen. So kann auf das Profil der Lernenden zurückgegriffen werden und je nach Leistungsstand können entsprechende Fragen gestellt werden. All diese KI-Szenarien sind theoretisch zwar gut fundiert, aber bisher nur ansatzweise in die Praxis umgesetzt worden. Aber genau das werden wir nun tun. Adaptivität wird Teil unserer Inhaltsvermittlungsphasen und Roboter werden bei der hörsaalgestützten Inhaltsvertiefung helfen. Allerdings besteht insbesondere bezüglich der Wirksamkeit und Akzeptanz von humanoiden Robotern im Lehralltag noch erheblicher Forschungsbedarf. Mit unserem Projekt HARD – Humanoid Emotional Assistant Robots for Teaching – mit diesem Projekt wollen wir genau hier ansetzen und Lösungen anbieten. Noch sind es allerdings wir Menschen, die die Kontrolle über die Abwicklung der Lehre behalten. Und ich bin mir sicher, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Die Zukunft allerdings gehört der künstlichen Intelligenz. Insbesondere dort, wo dank ausgeklügelter Assistenzfunktionen dem menschlichen Lernbegleiter neue Zeit für eine intensive, tutorielle Begleitung geschenkt wird. Die Devise lautet daher, keine Angst vor der Zukunft, sondern Vorfreude auf die neuen Möglichkeiten in der Hochschullehre. In diesem Sinne – Tschüss, bis zum nächsten Mal!